Moin, Sea of Thieves ist meiner Meinung nach einer der besten Spiele, welche man momentan spielen kann. Denn auch nach vielen 100 Stunden wird es meiner Meinung nach einfach nicht langweilig und bietet immer wieder nette Herausforderungen und vor allem auch Überraschungen. Dass es so lange so gut ist, liegt natürlich an den zahlreichen Updates, welche seit dem Release gab. Es gibt bis jetzt ganze 32 Updates, welche mehr oder weniger groß waren. Darunter zum Beispiel Mega-Updates wie The Hungry Deep, das Jubiläums-Update, Shrouded Spoils und nicht zuletzt das Disney-Update A Pirate's Life. Aber wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Und so soll es heute mal um die meiner Meinung nach einfach ein absoluter Reinfall waren. Los geht es mit Patch 1.4.3 oder besser bekannt unter dem Update, Mercenary Voyage of the Realm Runner. Was als spaßige neue Mission angekündigt wurde, war am Ende einfach nur mehr vom alten. Alle Missionen innerhalb dieser Mission gab es bereits und so wurde sehr kreativ entschieden, wie wäre es, wenn wir einfach jeden Missionstypen einfach in eine Mission packen, genau wie bei den Legenden-Missionen einfach dann nur noch kürzer. Scheinbar kam diese Idee so gut an, dass man dachte, das sei ein komplettes Update wert. Denn mehr bot der Patch am Ende nicht. Dennoch ist dieses Update nur auf Platz 5 und es ist noch sehr viel Platz nach unten für den freien Fall. 2. Patch 2.0.5 oder besser bekannt unter dem Namen Black Powder Stashes. Wie wäre es einfach rumzufahren, Schießpulverfässer auszubürteln und, und, ja, das war's. Denn genau diesen Inhalt bot das Update Black Powder Stashes. Einfach sein Schiff mit ein paar explosiven Ladungen bestücken und gut ist. Das Gute war an dem Update immerhin, man konnte die Festungspulverfässer bei den Legenden abgeben und somit diese Fraktion ein wenig leveln. Dennoch war es von Kreativität her sehr weit entfernt. Um Rare an dieser Stelle aber zu verteidigen, muss man sagen, dass das Jubiläums-Update gerade erst rausgekommen ist und somit etwas komplett neues allgemein nicht in Sicht war. Dennoch kann es durchaus ein wenig spannender sein als ein Event, welches man irgendwie einmal ganz kurz spielt und dann alles gesehen hat. Und ich habe dieses Update, soweit ich weiß, kein einziges Mal gespielt, weil ich da keine Lust drauf hatte. Jeder, der sich noch an den Start der Season 1 in SOT erinnern kann, der weiß, dieses Update bot neben dem Plunder Pass nicht wirklich viele Neuerungen. Obwohl doch, es gab die neuen Frachtfahrten des Handelsbund, bei denen man versunkene Schiffe finden musste und meiner Meinung nach sind das immer noch die besten Handelsfahrten, die es momentan im Spiel gibt. Dann kam aber Season 2 und wo es bereits schon viele Spekulationen gab, was alles kommen könnte, so kam nix. Okay, das stimmt nicht. Schließlich gab es einen neuen Plunder Pass mit Items, die alle wirklich überhaupt nicht schön waren und es kam noch ein komplett neues Vorrein. Das komplett setzen wir mal in Anführungszeichen und das neue logischerweise dann auch. Denn neu ist da sehr großzügig beschrieben, denn am Ende war es wirklich nur ein ganz normales Vor, welches a, länger dauerte als normale und b, einfach nur nerviger war und keine echte Herausforderung bot. Denn rare, lasst euch das mal gesagt sein, ein Vor wird nicht dadurch spannender, dass es einfach viel, viel mehr Wellen hat oder dass man irgendwelche Gegenstände ausbuddeln kann und es einfach nur noch deutlich länger dauert. Dadurch wird es eigentlich nur noch nerviger, spannender wird es durch neue Mechaniken werden und dieses hat das Vor einfach nicht geboten. Jeder wird die Falls of Fortune kennen. Ich habe davon ein, zwei gemacht und danach dachte ich dann, also jo, reicht mir, mehr brauche ich davon eigentlich nicht. Da gehe ich lieber andere Spieler jagen. Auf Rang 2 wird es komplett traurig und das zu Weihnachten. Denn ebenfalls eine Enttäuschung war das Festival of Giving, aber nicht das erste Festival of Giving von 2019. Denn dieses war durchaus ganz nett und bot ein paar nette kleine Änderungen. Nein, ich rede vom Festival of Giving von 2020, bei dem Rare wirklich eins zu eins dasselbe Event reingebracht hat. Keine Änderung, nix. Um dann aber doch in irgendeiner Form irgendetwas anders zu machen, gab es noch einen zweiten Teil vom Festival of Giving. Dann kam nämlich ein Event rein, dass es so vorher noch nie gab. Richtig. Einfach erneut Black Powder Stashes, also erneut einfach Fässer ausbuddeln und das war es. Und das war das komplette Festival of Giving. Die größten Änderungen, die dieses Update mit sich gebracht hat, war nämlich für den Piraten Bazaar, also für den Echtgeldshop, wo man ein ganz cooles Weihnachtskostüm in Form eines Skelettes holen konnte. Und ja, da hat es dann auch schon aufgehört. Mehr gab es nicht. Das war das komplette Festival of Giving, unser Weihnachtsevent. Jetzt zum Schluss kommt das für mich enttäuschendste Update aller Zeiten. Eins bei dem vor allem die Spekulationen im Vorfeld hochkochten. Es war die Rede davon, dass die Unterwasserwelt eine Veränderung erhalten wird und dass neue Gefahren die Sea of Thieves heimsuchen werden. Was wird es sein? Mehr Jungfrauen? Neue Haiarten? Ein komplett unbekannter Gegner? Und joa? Das letzte war es am Ende eigentlich auch. Naja, zumindest mehr oder weniger. Es war nämlich das Update Sunken Curse, welches endlich die Meerjungfrauen-Statuen einführte. Yayyyyyy. Und mehr als auf die Steinklöpsel draufhauen, gab es nichts zu tun. Das war wirklich ein komplettes Update. Und ich glaube, da werden wahrscheinlich sehr, sehr viele mit übereinstimmen, dass es bis heute mit Abstand das enttäuschendste Update war, was es jemals in SOT gab. Wirklich viele, mir inklusive, haben gedacht, dass die Meerjungfrauen kommen werden, dass die Unterwasserwelt ein klein wenig verändert wird. Aber all davon ist nichts geschehen, sondern es kamen wirklich nur die Statuen rein. Die Meerjungfrauen haben wir ja bekannterweise jetzt erst mit A Pirate's Life bekommen und wir mussten jetzt sehr, sehr lange auf sie warten, was prinzipiell nicht schlimm war. Aber die Erwartungen an Sunken Curse waren halt komplett andere. Vor allem bei dem Namen hat wirklich jeder gedacht, okay, ein versunkener Fluch, das werden doch sicherlich die Meerjungfrauen sein. Naja, versunken war der Fluch. Das Update war ebenfalls meiner Meinung nach verflucht, weil es einfach nichts sinnvolles bot. Und das waren jetzt meine Top 5 der schlechtesten DLCs, beziehungsweise Updates für SOT. Gerade zum Start hatte Sea of Thieves einige Probleme und auch später waren immer mal wieder die ACs dabei, die nicht ganz so gut waren. Was aber bei jedem Spiel logischerweise irgendwann mal vorkommt. Am Ende hat Rare aber immer wieder Hammer-Updates rausgehauen, die dafür gesorgt haben, dass man heute SOT mehr denn je meiner Meinung nach genießen kann. Gerade das letzte Update hat glaube ich alle Leute überrascht. Niemand wusste Bescheid, noch nicht mal die SOT-Partner. Und in diese Richtung kann SOT gerne immer stetig weitergehen und ich bin sehr gespannt, welche Updates Rare noch in der Hinterhand für uns hat. Denn ich glaube in der Zukunft werden wir noch mal ein paar weitere Kooperationen mit Disney sehen können und wahrscheinlich auch noch ein paar individuelle Updates, die unabhängig von Rare sind. Zum Beispiel die nächste Story von Flame hat von Pendragon und so weiter. Ansonsten schreibt mal eure Meinung bezüglich meiner Liste und vielleicht habt ihr auch eine eigene Liste unten in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, wie ihr das alles so seht. Ansonsten, was es war jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.